hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen girls talk video und zwar geht es heute um das thema welche art von urlaub wir jeweils bevorzugen und warum also seid gespannt auf das was wir zu berichten haben dann steige ich gerade ein ja unbedingt also ja ich glaube du hast richtig viel erfahrung schon mit urlaub und ich glaube du präferierst schon etwas ganz spezielles und ich glaube es geht richtung afrika genau genau wie der safari safari für mich ist safari wirklich so der urlaub und es ist nicht mehr unbedingt erholsam wenn man wieder zurückkommt von so einer safari ist man tatsächlich schon erfüllt und auch irgendwie erholt aber trotzdem ist es auch körperlich anstrengend ihr müsst euch vorstellen wenn man da durch den busch fährt mit zum jeep den ganzen tag und da so durchgeschüttelt wird und der staub hängt in allen nasen löchern und ohrloch und es ist schon auch irgendwo eine gewisse anstrengung mit dabei du aber in dem moment gar nicht spürst weil du einfach so voller adrenalin bist wenn du da durch die gegend fährst und da immer wieder irgendwelche tollen tiere entdecken kannst oder auch pflanzen tatsächlich also wirklich sehr schöne sachen sehen kannst wenn du eine schöne safari buchst also eine gute safari ich meine jetzt nicht in so einem park wo die tiere schon so eingesperrt sind und man nur noch mit dem auto auf seiner betonstraße durchfährt sondern ich meine halt wirklich echte safari wo man tatsächlich mit dem jeep eben wirklich durch so ein gelände durchfährt durch verschiedene gebiete und dann da das eine oder andere tier dann tatsächlich entdecken kann beobachten kann oder sogar zu fuß haben wir das gemacht geführte tour zu fuß begleitet eben von so wild schützern die dann eben geguckt haben nach nach spuren wo welche tiere lang gelaufen sind und das ist also wirklich etwas vom schönsten ja einfach aus dem grund diese tiere live zu sehen die man früher als kind im zoo gesehen hat und zum anderen aber auch so dieses feeling zu spüren dass es eigentlich unser ursprung ist diese natur und afrika an sich ich habe immer das gefühl dass es irgendwie etwas sehr verbindendes verbindendes hat irgendwas ist was in mir drin auch schon vorhanden ist dass ich das dann da wie noch mehr spüre ich kann es fast gar nicht wiedergeben wobei ich das auch hatte als ich in jordanien war also als wir in jordanien waren in der wüste da war das auch so da habe ich das auch so empfunden das war auch so ursprünglich da haben wir sogar draußen in der wüste geschlafen unter freiem himmel nur auf einer matratze also weil wir das selbst erwählt hatten hatten unsere matratze da aus dem zelt raus gezogen und da war das eigentlich auch so vom feeling muss ich gestehen also sehr 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 diese natur geschichten die gefallen mir schon irgendwie am besten ja und du siehst ja auch die tiere wirklich in ihrer in ihrer freien leben raum ja er ist das völlig anderes als er also ich glaube das darf man gar nicht vergleichen so ist ja tag und nacht und lustigerweise ist meine mama mein papa die haben die sind auch nach afrika die haben auch safari et cetera gemacht und für sie war das auch das non plus ultra was bei uns das habe ich als kind gar nicht verstanden hat wie auch an so skulpturen etwas ähnlich wie ihr jetzt hier in der wohnung aus dem haus habt und ich kann das immer schon schön aber ich habe keinen bezug und lustigerweise die meisten die davon berichten wie jetzt du die fühlen sich so verbunden damit das ist für mich natürlich auch irgendwann in erwägung kommt dass ich mich da mal auf sowas einlasse ich war tatsächlich jetzt noch nie in afrika an einer safari ich war schon in afrika aber das war dann mehr so ich weiß nicht strandurlaub ich war tatsächlich habe ich erst vor ein paar jahren richtig angefangen zu reisen das war irgendwie als jugendlicher oder das kind haben wir nicht so viele destinationen angereist es war finanziell für uns einfach nicht möglich und mittlerweile ist es so dass ich doch mit meinem partner gerne reise auch städtetrips das ist ja für dich fast eher ein bisschen stressig genau das finde ich schon noch schön und ich glaube jetzt wenn ich meinen alltag auch selbst gestalten kann nächstes jahr selbstständiger werde ich mir das auch ein bisschen mehr einplan dass ich vielleicht auch unter der woche vielleicht mal ein paar tage fort gehen ist so voll ist richtig genau gegen den strom zu schwimmen mein schönster oder einer meiner schönsten urlauber war wirklich und das war so untypisch weil ich ich liebe strand mehr so typisch ein bisschen mexiko war super ich war zwei wochen in mexiko haben wir eine rundreise gemacht zwei wochen das war wunderschön aber der der urlaub der mich am meisten fasziniert hat war finnland also ein nordisches land völlig was anderes es war nicht kühl es war sommer wurde auch nie richtig dunkel da ist wirklich mit der also sie haben ja im winter haben sie irgendwie 16 17 stunden war ist da ein dunkel fast und der rest ist hell und umgekehrt im sommer da wurde es gab gegen 12 uhr abends lang so ein bisschen dunkel und ich glaube um halb vier vier gegen die sonne wieder auf es war sehr speziell und mich hat aber auch die natur so fasziniert das war den land ist als sehr eben und wir haben uns dann airbnb gemietet tim hatte da seinen wettkampf und wir waren vier fünf tage das was im mini urlaub aber trotzdem haben wir natürlich etwas von der gegend mitbekommen und du kannst wirklich raus es war vielleicht ein bisschen ähnlich wie ja nur nicht hügelig sondern du kannst wirklich raus aus dem kleinen airbnb ist ein häuschen zu super süß und es hat wirklich ein fuchs saß redet also wirklich mitten in der natur ja du warst einfach so mitten mitten dieser in dieser natur und es war so eindrücklich das hat mir so gut gefallen und es war so wie eine kleine offenbarung dass mir eigentlich dieser strandurlaub gar nicht so viel geben kann wie jetzt die natur wie du es schön gesagt dass ich glaube der ursprung zurück zur natur ist schon das fehlt und das ist halt bei uns jetzt vor allem bei mir in zürich stadt hat nicht so gegeben und das hat das habe ich so beeindruckt was so 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 schön ich glaube bei mir ist das auch ein bisschen in dem begründet dass ich halt tatsächlich im job ja immer sehr viele menschen um mich drum herum habe also nicht nur meinen mitarbeiter sondern eben auch natürlich die ganzen patienten dann in der schule auch die ganzen schülerin das heißt ich bin halt eigentlich immer von vielen menschen umgeben und darum sind so städtetrips wo man ja zwangsläufig im prinzip jetzt wenn man in so eine stadt fährt wie barzellona oder so immer wieder auf menschen trifft und eigentlich dann weniger ruhe hat und natürlich auch weniger natur klar ist da auch ein bisschen grün dass das dann irgendwie vielleicht dann für mich eher nicht so erholsam ist sondern dass mein körper oder meine seele tatsächlich dann wirklich mal so dieses dieses abschalt und das grüne brauche und auch einfach mal nicht so viele menschen drum herum zu haben ich glaube das ist auch so ein punkt ja ja den ich da ansprechende der der das sozusagen mit unterstützt mein job an sich weil wir waren ja auch in japan in china das war alles wunderschön aber auch mit der kultur in allem es ist wirklich ein unterschied in australien zum beispiel haben aber auch viel in der natur das war auch mega schön das ist halt wirklich so glaube ich schon so dieses erden diese natur und wir haben wirklich keine urlaube die langweilig sind nie also patrick ist sowieso auch so ein typ der dann gern immer sehr viel innerhalb von 14 tagen sehen möchte und wir sind dann meistens nie nur an einer destination es ist immer immer sehr sehr vollgepackt langweilig wird es sowieso nie aber wenn das dann so natursachen sind passt das für mich halt auch also wenn ich jetzt weiß okay ich gehe halt in zwei verschiedene orte auf safari das machen ja die wenigsten das ist dann auch anstrengend irgendwo wenn du mit so einem kleinen flieger dann noch mal woanders hin fliegt aber es ist auch trotzdem mega schön weil es eben wirklich sehr sehr verschiedene orte auch gebiete gibt innerhalb eines landes wie zum beispiel tansania wo wir schon zweimal waren also völlig verschiedene bilder wenn du nur ein paar kilometer weiter schon links und das ist dann schon vielseitiges glaube ich also für mich war das wirklich eine kleine offenbarung dass mir eigentlich dieser typische strandurlaub gar nicht so viel gibt wie ich mir das vorgeschaut wie ich das gedacht habe ich war auch in dubai 2021 und das war mit unter der teuerste urlaub und es war ästhetisch wirklich hohem niveau wir sind auch da zum ersten mal business klasse geflogen wir haben da ein richtig krasses hotel gehabt das war wirklich luxus und feinsten aber wenn ich vergleiche ist es nicht dasselbe und zumal dubai zum beispiel super gehypt seit ein paar jahren wäre für mich nie eine option irgendwie längerfristig dort zu sein das ist für mich die stadt also der ort hat für mich keine seele das war wurde einfach gebaut ist alles künstlich ist super schön aber so war ein bisschen außerhalb der fassade guckt ist es eigentlich überhaupt nicht schön ist einfach eine wüste sehr viel armut sehr viel zu wanderer die dann ausgebeutet werden und mit dem kann ich mich null identifizieren ist schön dass ich mich mal geguckt geschickt dass ich es mal angesehen habe aber müsste gab kein zweites mal auf dubai gehen wirklich nicht aber das mit der safari das haben wir auch schon mal besprochen und auch afrika vielleicht mal so ein trip das steht bei uns wirklich hoch im kurs wie auch japan tim hatten großen bezug zu japan weil seine stiefmama japanerin war und ja so japan und afrika größere reisen mal zu haben das wäre für die nächsten paar jahre mal der fall ja ich denke es ist auch immer mehr der trend dass die leute wieder mehr in die natur gehen ich glaube so dieser typische strandurlaub klar der ist sicherlich immer noch sehr beliebt aber ich denke oder ich das gefühl wenn ich so rein spüre oder was mir menschen so erzählen auch in meinem umfeld dass viele immer mehr auch merken dass sie auch vor der eigenen haustür sehr schön urlaub machen können ja einfach auch gezwungenermaßen durch die letzten zwei jahre oder ist man da nicht mehr so weit weg gekommen aber das hat man dann auch genossen also da hat man dann auch gemerkt dass man vor der haustür auch tatsächlich coole orte hat wenn man wandern gehen kann und sich erholen kann welnissen kann und seine ferien genießen kann auch mal eine ganze woche nur zu hause zu sein und dann liebe so trips zu machen ist auch wunderschön es ist es gibt viele sachen die einem mega gefallen aber wenn man dann schon reist ist wie gesagt safari bei mir so die nummer eins würdest du es noch mal machen auf jeden fall okay auf jeden fall aber vielleicht dann kilomanscharo noch mit einbauen das würde mir noch gefallen da mal hoch zu gehen ja doch das würde mir gefallen das haben wir jetzt nicht gemacht weil da brauchst du auch wieder viel zeit du musst dich akklimatisieren zwischendurch das wäre noch mal toll also tansania ist sowieso für mich so ein traumland oganda auch aber es gibt auch noch viele andere länder die man sehen könnte dort in botswana zum beispiel waren wir auch noch nicht in namibia also ich denke das wird sicherlich auch noch mal ein thema sein vielleicht sehen wir uns dann vielleicht gehen wir zusammen das wäre schon cool also wir haben ja sowieso mal so was geplant gedeichselst mit tierschutz oder beziehungsweise mit tieren dass wir da runter gehen und dann da ein paar projekte machen das wäre wirklich für mich auch ein traum ja leute schreibt doch mal in die kommentare wohin ihr gerne reist was ihr gerne so macht und wie ihr das seht ja wir freuen uns wenn ihr uns da ein bisschen was da lasst und wenn ihr uns likt natürlich und unbedingt folgen folgen nicht folgen genau den kanal abonnieren ganz wichtig erzählt uns von eurem schönsten urlaub das würde mich wirklich das ist auch zur inspiration immer für mich genau falls jemand da einen tollen tipp hat schreibt es in die kommentare wir würden uns wirklich sehr freuen genau also dann schönen tag tschüss tschüss